So, Freudeidio zu einem kleinen Informationsvideo. Und zwar geht es darum, einigen ist es vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, dass einige Videos gelöscht wurden von mir. Das Ganze ist alles geplant. Keine Sorge, es ist nicht irgendwie ein Fehler oder was, keine Ahnung. Und zwar waren das ein paar Videos von Lego, Star Wars, Lego, Pirates of the Caribbean und Burnout. Genau. Und ja, die sind, ich kann Ihnen mal zeigen, auf meinem zweiten Channel wieder hochgeladen worden. Noch nicht alle, es fehlen noch ein paar, aber die meisten sind schon hochgeladen hier wieder. Ansonsten sind alle, die ich bereits hochgeladen habe, sind in den entsprechenden Playlists auch eingeordnet schon. Das heißt, wenn ihr mit der Playlist guckt, was ich euch eh empfehlen würde, dann, ja, spielt ihr einfach sofort ab und macht weiter. Das ist dann kein Problem. Warum das Ganze, ganz einfach, da waren überall Content-ID-Treffer, bla bla blub. Und dadurch, dass ich mich ja als YouTube-Partner bewerben habe, hier bei TGN, war das natürlich fatal oder durfte ich natürlich keine Content-ID-Treffer haben. Und ja, kann weg. Deswegen habe ich die gelöscht und habe jetzt gesagt, ich mache da jetzt einen zweiten Channel auf, bla bla bla. Da sind momentan noch sechs Abonnenten halt, naja. Vielleicht mache ich da irgendwann noch was anderes drauf. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ich habe da schon ein bisschen was, ich habe da eigentlich schon irgendwas in Planung, aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nicht auf einem anderen Kanal, den ich bereits habe, bla und so. So, naja, ähm, wie auch immer, das Ganze nur mal so zur Information. Falls ihr die, falls ihr hier Videos nicht findet, geht mal auf meinen zweiten Kanal. Vielleicht sind die da, wenn nicht, dann schreibt mich, äh, trotzdem, schreibt mich mal an und bla 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 und so. Naja, okay, äh, das war jetzt schon wieder viel zu lang. Egal, mir egal, ja, egal, 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 egal. Gut, das war dann auch schon wieder alles. Bis denn, tschau, sind.